ja hallo leute ich bin es wieder euer masterkiller wir spielen heute escape from tarkov wir beschäftigen uns heute mit der task von skier und zwar der extortionist wie ihr seht habe ich die task hier schon completed ich habe das video heute mittag schon gemacht wollte das eigentlich in einem zug schön durchziehen aber hatte den kleinen dumm fehler gemacht dass das mikro aus war deswegen mache ich das jetzt mal neu ich lasse dann gleich das video von heute mittag laufen im nachhinein und wird einfach dann die entsprechenden stellen einfach nach synchronisieren so wir sind es hier am tag auf track angekommen wenn er jetzt hier nach hinten lauf zu dem durchbruch zur construction liegt ja im gebisch hier die leiche den lute ich jetzt und die hat normal immer den diesen anderen kiel dann muss ich hier noch exe meinen der ist ja wir hatten gestern den den weib was oder manchmal irgendwie nach am schluss durch die 1 weitergehen geht ihr hier durch 1 2 2 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 . 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 Watteno 3 1 2 3 so jetzt sind wir hier auf der anderen seite der mauer sage ich mal wir haben uns jetzt hier komplett über den jackpot nach hinten gearbeitet weil ja wie gesagt ja schon mal der wald wir haben jetzt noch kein factory sonst wäre das natürlich wesentlich einfacher ja dann schließ mal vorsichtig auf ich gebe dir deckung wie auch gesagt bitte nicht wundern wird eigentlich eine rege kommunikation herrschen nur meine stimme fehlt hat leider das ist jetzt hier der container der man aufschließen muss so das ist hier die gesagte jacke sieht man es schon da rechts liegt auf dem boden und genau da guckt es raus ja dann gehen wir hier den mittleren ausgang raus oder so hier sind wir jetzt im exit ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja das bitte einen daumen nach oben und abonniert den kanal ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal bis dann ciao